Ich hab jetzt übrigens eine Kenngedänze, die heißt Tanja mit Vornamen und mit Nachnamen Rodriguez . Geil. Das ist so ein bisschen wie Fatma Müller oder sowas. Ich hasse Wombe. Warum denn nicht Bereich sichern oder so einen schönen Scheiß? Wieso hassen die das alle? Oder Wombe sichern? Ich hasse nicht Geisel. Nee. Geisel finde ich leichter. Geisel ist streng. Geisel ist streng. Warum gibt's nicht den Spielmodus Rabatte sichern? Alle rennen ins Kaufhaus. Die Wurzeln auf alles. Das ist doch die Division oder nicht? Die Division spielt doch machen Black Friday. Ja genau. Das ist wie... Erinnert ihr euch früher, wenn es bei Aldi oder Lidl Matratzen gab? Dann hattest du diesen Haufen Matratzen da in diesen Rollen und da drüber hing dann irgendwie... ... sichern. Ja genau. Willkommensmatte. HVS ist platziert. Die Gegner haben einen Moment. Der Team verteidigt sie. Ist so doof. Keine Sorgen mehr wegen der Kammer. Eingang ist sicher! Achtung. Ein Bombenstandort ist in Gefahr. Der Besuch kann kommen. Und gesichert. Zehn Sekunden. Boah, Alter. Autsch. Schlecki, Mann. Schlecki, komm mal in der Schruft bitte her, bitte. Nur noch fünf Sekunden. Mach mal mal da ein Loch rein. Danke, danke. Ja, Loch hält Tür. Lege Willkommensmatte aus. Eingang hat gesperrt. Kann jemand Kameras machen? Ich bin dabei. Wand gesichert! Eine ist schon mal wieder... Ah, da unten ist einer. Er hat markiert. Ah, ok. Binowitsch hat den schon weggemäht. Genau in dem Moment, wo ich ihn markiert habe, hat er ihn auch markiert. Mit seinen Kugeln. Mit Blei. Ich weiß nicht genau, wer oder was da draußen ist. Krass. Ah! Geh da über mir, die Luke haben sie aufgemacht, die Schweine. Hängen noch draußen welche am Fenster? Ne, nicht, dass ich wüsste. Eventuell, äh, wenn... Basti, wenn du jetzt nach oben gehst. Ja, über uns, über uns, genau über uns, ja. Kannst du ihn markieren gleich, wenn ich... Jetzt sage? Hör mal hier durch. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden entdeckt. Du bist aufgesogen. Schade, CC hat nichts gebracht. Wurde ihr mir aufgesprengt? Die Fotzen, ey. Wunder, Schatz. Schau schön. Basti, bist du an der Außenwand? Bis nachher. Äh, ja. Ich setze den Herzschlag selber ein. Okay, bei mir ist jetzt einer. Nein! Wie hat der sich denn umgedreht? Fuck, der ist oben an der Luke gewesen. Herr, du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Du wurdest entdeckt. Wir kommen jetzt zur Luke jetzt. So heißt übrigens ne Bar hier. Nein! Der Schildträger kam. Ja, oben an der Luke. Oben an die Blechner da. Nein! Autorbuch haben wir jetzt. Ich lade nach. Ein Operator ist geeignet, muss verbleiben. Du liest, gell? Da drin müsste der sein. Rechts ist der einer dabei. Oh ja. Da ist noch einer. Ich muss gehen. Hinter dir auch. Der ist schön. Alter! Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Aber wo war denn der Typ, der da hinten noch in der Ecke stand? Oder war das ne Schaufensterpuppe? Den hab ich gekocht. Warum sind die denn schon wieder? Ach nee. Die war neben dem Schild. Okay. Weißt du, da zackt er einfach mal erst und dann bringt er sowas. Ja, aber manchmal geht sich diese Taktik mit dem Nurken nicht aus. Wenn du der letzte dann bist und die irgendwie die Geisel mitnehmen. Oder du wie Mats bist und dich verläufst. Nein! Alter Hauke. Ja? Der letzte gerade den Rambo gemacht. Eins gegen drei. Echt da zwischen den drei. Weißt du, er geht in den Einraum, killt den einen. Wird dann vom Blitz gerusht, rennt nach hinten. Wird in den Arsch geschossen. Rennt er wieder nach vorne, messert den Blitz, dreht sich um. Und er schießt den letzten. Alter. Und ich hab's aufgenommen. Geil. Aber nicht gleicher Raum, oder? Nee, die müssen ganz oben sein. Ne, da sind... Ne, da sind... Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Geil, das war jetzt letzter Akt. Wie du wünschst, den nochmal markiert und dann soll der erschossen. Zweiter Start. Wo sollst's zippen? Ist hier hoch gehen? Schrecki, warte mal eben kurz, lass mich mal eben erst ans Fenster gehen, bevor du da abgehst. Du bist doch nur wie den Papier an. Ja, ich. Ey, sag mal, könnt ihr mal was sagen, bevor ihr das Ding losjagt? Was? Auf! Au! Ich bin... unter dem der gerade gefahren ist. Schon der war bei. Hier sind die. Unter dem Schild hab ich einmal angeschossen. Ja, auch den hab ich aber schon geschossen. Wenn die alle vor mir stehen würden. Wenn der jetzt aber ein C4 hochwirft, sind wir am Arsch, ne? Ja. Einer müsste hier rein und mal die befestigte Tür aufmachen. Ja, ich guck da gleich mal runter, warte? Ja, ich hab da schon runtergeguckt, da ist nix. Hilf mal rein, mach mal auf. Ich warte hier oben. Ja, aber ist doch gut, wenn die befestigt ist. Dann mach ich da mal auf. Ja, mach mal auf. C4 flügt hoch. Ha! Dodge! Ja, da hin ist einer. Auf! Natürlich erschießt er zuerst mich, ey. Ich kotze. Echt. Ach, der hat dich voll schlecht gesehen, ey, Alex. Hast du ihn? Ja. Natürlich. Ja, ja, klar. Warum... Warum... Warum frag ich eigentlich? Ja, ey. Camping ist ein Ding. Das ist richtig. Die Passion. Den hab ich schon erwischt. War da einer? Ja, genau. Nee, ich mein Alex. Ja. Ja, so. Und das Schild hoch, Junge. Mit der goldenen Knarre, ey. Das passt. Alex, hast du mich gemacht? Flankier den doch ein bisschen. Genau. Schlecki, ich glaube, der kommt. Kannst du mit der stehen bleiben? Da läuft so schöne Musik. Danke. Schlecki, hast du den Gang im Blick? Ich hab hier alles im Blick bei mir. Da ist er. Da ist er bei Alex. Ist das nur noch der eine? Oh nein! Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Genau links. Da war eine Ecke. Da löckte er in die Ecke. Entschärfer wurde zurückgeholt. Jetzt! Nochmal! Alter! Ja! Oh, steck! Oh, steck! Das war mein Herzschlag Finale, ey! Nicht geahnt von den letzten 30 Sekunden! Schon voll zianotisch, ey! Nach 30 Sekunden vor allem! Das war ein lustiger Hund! Ja, ich hab, äh... Achso, neun Kids! Scheiße! Ich hab diesmal zwei! Vier! Mann! Obwohl, drei davon waren von eben! Ich hab noch einen gekillt! Ich wär gern ein Hirschgrut! Ein was? Ein Hirschgrut und kein Rehgrut mehr! Ja! Die Bomben sichern! Den, 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 den! Ja! Bewährte Humor ist ja da! Achtung! Die Gegner haben eine Bombe gefunden! Ich glaube, das Ding... Ne, doch nicht! Die Gegner haben eine Bombe entdeckt! Verteidigt sie! Keine Sorge mehr wegen der Granaten! Wer hat die Gefährten? Warum ich gerade errichte? Ja, hört sich an, wie Anja merkt! Keine Sorge mehr wegen der Granaten! Es bleiben noch 10 Sekunden! Noch 20 Sekunden! Ich lade nach und brauche Deckung! Bombe vom Gegner entdeckt! Wer macht Kameras? Ich aber... Draußen ist schon alles weg! Oh, bei mir ist der, da hab ich gerade irgendwo aufgegangen! Ja, okay! Bei mir! Steht da auf dem Schildschäger! Ab 2! Geh wieder rein! Haha! Also, ich lieg hier noch und gute langsam! Ja, ich... Ich rob zu dir! Ich rob zu dir! Ja! 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 Ich weile ich noch ein bisschen! Die Lichter gehen aus! Oh, fuck! Draußen vom Fenster noch! Wollt ihr nicht gekriegt? Bei Aaaa! Da oder? Es wird dunkel! Na ich hasse! Ich hasse! Ich hasse! Ich hasse! Ich stand doch schon neben dir! Fuck! Oh fuck, das bin ich. Rushdie, da sind beide markiert. Komm schnell, Rushdie. Der andere geht wieder raus, der andere schießt die Kamera aus. Einer sitzt vor der Tür, der holt... Ach komm ey. Schade. Mission gescheitert. Eigene Operator gefallen. Doch, doch. Aber mit der Willkommens... Scheiße, den hätte ich zu killen müssen. Gegen hier, weil der andere ist in meine Matze gesprungen. Ja, ja, ja. Scheiße ey. Ach, Kacke. Ja, da kommt jetzt ein dreckiger Ball. Ein Matschball. Ach, viel ärgerlich ey. Den hätte ich kriegen müssen. Vor allem, ich hab zwei Leute wieder so witzig weggeholt. Ohne Tür aufgemacht, rausgesprungen. 7, 1, 2, hello. Wir regen uns immer auf, wenn die Gegner so einen haben und sagen, der cheatet. Weißt du, was ich hier gemacht hab? Es ist ja klar, dass die unten alle stehen, ne? Deswegen hab ich oben schon das Fenster eingeschlagen, hab rausgeguckt, ob jemand aufs Vordach klettert. Und als die dann unten richtig Radau gemacht haben, hab ich das Fenster aufgemacht. Bin runtergerannt, also an die Kante gerannt und hab von oben zwei weggenommen. Das Problem ist, die Gegner merken sich sowas irgendwann mal und machen das dann auch bei uns. Ja gut, aber mit sowas rechnet man ja normalerweise, man guckt dann mal, ob die Fenster offen gehen. Stimmt. Was ist die Laufe? Fertiges Schlussbücher? Ja? Ich bin immer der Meinung, dass man das Ganze noch diplomatisch lösen könnte. Reden. Und noch weiter unten? Oh Mann. Ach, jetzt müssen wir eigentlich mal da kaputt. Aber die sind genau da, wo wir eben auch waren. Noch 10 Sekunden. Wo seid ihr alle? Wahrheit, nein, nein. Einsatz in 5 Sekunden. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Entschärfer wurde zurückgeholt. Gelangst zu der Bombe und entschärft sie. Haltet nach anderen Ausschau. Eine Wassermel-Oerung oder E-Kommfunktion. Hat die Kamera ausgemacht? G VIopat. Platziere Strousprengsatz. Oh schön, wir können ja fusen. Streusprengsatz aktiviert. Sprengladung ist angebracht. Wascht die Der Typ hat einfach blick links gefusiacht. Jetzt! Ja, mach mal. Der hat der Black-Gunert. Der hat den in den Tür fallen gelassen. Oh, Tool. Tool. Toll, der andere ist tot. Ein Tool. Die Sprengladung ist aktiv. Die Sprengladung ist aktiv. Alex, wie sieht's denn drin aus? Gut. Also ich bin grad die Treppe runter gegangen, ne? Alter. Ich hör da drinnen noch einen rumwälzen. Ja, genau genommen sind's vier. Ah, hier ist auch noch einer auf jeden Fall drin. Oh mein Gott, Alter. Das war... Luckshot Deluxe. Der liegt. Also einer liegt auf jeden Fall. Entschärfer ist jetzt gesichert. Pläne bei A. Die Sprengladung ist aktiv. Ich mach mal im Aufheeren. Leinst du? Entschärfer ist online und aktiviert. Ja. Nein, jetzt hat er mich noch gekriegt, ey. Wo ist er denn? Er kommt links durch die Tür. Warte. Rechts um die Ecke. Bei dir, Baschi. Ja, meine Runde, Alex. Ja, meine Runde, Alex, ne? Nice one, Schlecki. Ich bin... Ich bin grade... Ich hab alle gekillt. Ich hab Ace gemacht. Ich hatte vorher... Äh... Zwei Kills, jetzt hab ich sieben. Ey, nicht schlecht. Ich würde sagen wir auf meine Runde, ich bin nicht gestorben. Absolut. Ja, meine war's auch. Ich bin euch gestorben. 0-3-3. Das ist doch gut. Ach, großartige Runde. Noch eine.